Und dann Moinzen zu diesem Video, auf das ich gar nicht groß Lust hatte, das zu machen oder das jemals machen zu müssen. Gehofft hatte, dass ich es nicht machen muss, aber es war halt ja nicht mehr vermeidbar irgendwann. Der VfB hat sich von Pellegrino Matarazzo getrennt und ich muss schon sagen, es ist eine Trainerentlassung, die mir krass nahe geht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich wirklich darauf so, also rein vom Menschlichen her, sportlich, ich habe viel gestern in den Stream-Highlights gesagt, zum Union-Spiel, da kann ich nochmal abchecken. Sportlich, Punkt 1 für mich, es war vermeidbar, weil wir haben Leistungen gezeigt, die mehr Punkte verdient hätten. Vom Ertrag her, von der aktuellen Tabellensituation, von diesem Gefühl, dass ich auch vor allem habe, dass es einfach nicht sein soll, war es nicht mehr vermeidbar. Deswegen, das sportlich immer ausgeklammert, vollkommen okay. Wir haben extrem viel Zeit, extrem viel Ruhe bewahrt, den Stresstest bestanden letzte Saison, ihm wirklich ewig Zeit gelassen, alles in Ordnung. Der Zeitpunkt jetzt auch alles in Ordnung, man hätte noch debattieren können, vielleicht gegen Boch noch auf der Bank sitzen lassen, Endspiel. Aber völlig vertretbar die Entscheidung und ja, auch nicht mehr so richtig vermeidbar dann mittlerweile wegen der Ausbeute. Aber wie gesagt, ich mache es hier auch mehr oder minder ungeschnitten, auch selten bei mir, aber ich habe mir kurz nur den Greenscreen angeschmissen und mehr nicht. Einfach mal ganz roh hier die Nummer, dass es mir so nahe geht, hätte ich echt, also klar, da sind die Sympathien, sind halt riesig mit Matarazzo. Aber vor allem eben auch, ja, dieser Frust auch so ein bisschen, der in die Trauer übergeht, weil das halt jemand war, das war der erste Trainer seit Dezember 2019 da. Ja, das sind jetzt fast drei Jahre, das ist ein Weltwunder beim VfB, auch gerade das, was ich beim VfB erlebt habe als Fan. Das letzte Mal, als jemand so lange da war, war ein Labbadia irgendwann so um 2012 rum oder so, 2013. Wie gesagt, auch Rekorde gebrochen bei uns, weit hochgeschoben in die Trainerriege, was die Länge angeht, die Amtszeit angeht. Auch hier war der drittlängste Trainer oder der zweitlängste Trainer, glaube ich, sogar in der Bundesliga, ne? Ne, der drittlängste, der drittlängste, nach Streich und Fischer bei Union, der drittlängste, weil dann Reis bei Bochum auch geflogen ist. Und weil das auch einfach zu Ende geht, so doof ist, weil einfach auch dieses Gefühl zu Ende geht, du hast hier eine Kontinuität auf dieser Position, hier ist ein Weg und den gehen wir. Es muss nicht heißen, dass der vorbei ist mit dem neuen Trainer, der noch nicht feststeht. Ich gehe fest davon aus, dass ein neuer Trainer da sein wird, dann gegen Bochum auf jeden Fall. Gerüchte wissen wir ja, die durch die Welt fliegen, Hütter, Hoeneß, Tedesco, ich glaube sogar Bosch und sowas gelesen und Sioane und so. Da werden sie sich schon ihre Gedanken machen und einen vorstellen vor Samstag, bin mir ziemlich, ziemlich sicher. Der ist da natürlich auch direkt maximal unter Druck gegen Bochum, egal mit welchem Trainer auf der Bank, das ist ein Pflichtsieg. Aber diese Trainerentlassung geht mir echt krass nahe, Alter, ich bin ja wirklich tatsächlich traurig. Tatsächlich traurig drüber, weil dieser Mann einfach solche Sympathien aufgerufen hat, dieser neue Weg mit Misslind hat zusammen, junge, wilde, diese 2021 Saison war richtig stark. Ein Aufstieg, auch wenn der nicht schön war, auch wenn der Corona war, auch wenn wir so Spiele wie beim KSC hatten. Ein Aufstieg mit einer 0 zu 6 in Nürnberg und so in Euphorie und all diese geile junge Kater zusammengestellt. Weil dieser Kater wurde von Rino und von Sven zusammen zusammengestellt. Da ist, ja, ich glaube bis auf Sosa niemand mehr davon davor, ne, von vor denen quasi oder vor allem von vor Misslind hat. Ja, ist halt sehr schade, aber halt nicht groß vermeidbar. Das ist zumindest dann auch eine sehr, finde ich auch von hier, werde ich gleich ein bisschen was vorlesen, eine sehr sympathische Trennung. Ähnlich wie bei Wolf damals, das war der letzte Trainer, wo ich sagen würde, ja, das war schon sehr, sehr schade, auch von Sympathiepunkten her und auch weil man da dachte, da baut sich was auf. Aber wie gesagt, wir haben lang genug Zeit gelassen, wir haben uns lang genug überlegt, es lang genug versucht, daran scheitert es nicht. Da gab es beim VfB ganz andere Schnellschüsse. Gehen wir kurz in die Zitate rein von Misslind hat und Matarazzo, die ich beide auch sehr schön, sehr warm und sehr, ja, sehr schön abschließend finde. Und Misslind hat, als wir Rino vor fast drei Jahren zum VfB geholt haben, waren wir von seinem Potenzial und seinen Fähigkeiten als Trainer absolut überzeugt. Rino hat unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, er hat sie in vielen Punkten sogar übertroffen. Auch in schwierigen sportlichen Situationen haben wir ihn niemals in Frage gestellt, weil wir davon überzeugt waren, mit ihm den bestmöglichen Trainer für uns und unseren Weg zu haben. Nach einer eingehenden Analyse der vergangenen Saison, als wir bekanntermaßen erst in letzter Minute den Klassenheit sichern konnten, sind wir mit großen Hoffnung in die neue Spielzeit gestartet. Die bisherigen Resultate haben diese Hoffnung leider nicht erfüllt. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir davon überzeugt sind, dass die Trennung von Rino unausweichlich ist. Mir tut dieser Schritt extrem leid und ich möchte Rino an dieser Stelle ausdrücklich für seine großartige Arbeit für den VfB danken. An der Stelle kann ich mich auch nur anschließen, glaube ich. Ich glaube, es ist auch wirklich mal eine Trennenanlassung, wo im sehr breiten Spektrum von VfB-Fans die meisten irgendeine Form von Trauer oder irgendeine Form von Schade in sich haben, würde ich mal behaupten. Und Matratz natürlich noch. Unsere gemeinsame Reise beim VfB geht zu Ende. Es waren intensive und wunderschöne Jahre mit vielen unglaublichen Momenten und Erinnerungen, die immer bleiben werden. Für die Chance, die mir hier ermöglicht wurde, im Trainergeschäft Fuß zu fassen, werde ich ewig dankbar sein. Ich bin immer sehr gerne zur Arbeit gekommen und durfte mit sehr vielen tollen Menschen zusammenarbeiten. Der VfB ist etwas Besonderes, dass man erst dann versteht, nachdem man ein Teil davon ist. Ich wünsche dieser Mannschaft, diesem Verein, diesen Fans alles erdenklich Gute und den maximalen Erfolg. So etwas, ähnliches hat er auch gestern Abend schon geäußert, wo es auch schon die Schlagzeilen gab. Er hat sich quasi von der Mannschaft damit verabschiedet und sowas. Und auch hier das Thema, erster Fuß gefasst im Trainergeschäft. Ich gehe fest davon aus, der Mann wird seinen Weg machen als Fußballtrainer zu 100%. Und es ist einfach alles irgendwie schade. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Wie gesagt, vorhin auch schon angeschnitten, das ist das Problem, wenn ich es quasi roh lasse. Aber ich lasse es roh, dass ich mich wiederhole immer wieder. Aber es war halt sportlich auch vermeidbar. Klar, letzte Saison war nicht gut. Letzte Sekunde auch irgendwo glücklich und so. Dies, das, wenn man sie auf die negative Art und Weise sehen will. Aber da hatten wir auch so viele Spiele, so viele Chancenwucher. Und diese Saison sind wir das Team, das in der Bundesliga am meisten auseinanderklafft zwischen gezeigter Leistung und Ertragpunkten. Weil wie gesagt, natürlich ist es nicht so einfach. Aber man stelle sich vor, in Bremen fällt das Ding nicht. Was nicht fallen muss, dann hast du da zwei Punkte mehr. In Köln gewinnst du, was 100% möglich war, dann hast du zwei Punkte mehr. Dann hast du jetzt schon vier Punkte mehr auf dem Konto. Und ich glaube, Materazzo wäre jetzt in der jetzigen Lage nicht entlassen worden. Und wir hätten vielleicht auch die jetzige Lage nicht, weil natürlich dann auch mal ein Sieg da ist. Andere Euphorie da ist. Anderes Gefühl einer Mannschaft vielleicht auch da ist. Sein hundertstes Spiel ist auch natürlich krass. Er hat die tausend Tage geschafft bei uns. Und sein hundertstes Spiel, das 0-1 gestern gegen Union, ist damit tatsächlich auch sein letztes. Das ist natürlich auch irgendwie ein krasser Zufall. Irgendwie diese Zahl natürlich. Ist alles sehr schade. Wir hatten schlechte Phasen. Wir hatten aber auch sehr schöne Phasen, Materazzo. Die jungen Willen sind aufgelebt. Ich glaube, wir hatten mit die schönste Saison 2021. Sportlich und neunter Platz und sowas. Und vom Gefühl her von der Mannschaft und so weiter. Dass sich etwas aufbaut, die wir lange nicht hatten. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was für ein neuer Trainer kommt. Dem müssen wir auch erstmal natürlich Zeit geben. Wobei ich natürlich auch irgendwo das Gefühl habe, wenn der jetzt gegen Bochum kommt und das Spiel nicht gewinnt. Dann werden natürlich einige, weil einfach die Sympathie zu Rhinos so dermaßen hoch war. Werden natürlich auch da einige kommen und sagen, ey, wofür haben wir einen Trainer rausgeschmissen? Jetzt hat er ja auch gegen Bochum verloren. Ich will meinen Rhinos zurück. Wird es auch geben. Vielleicht ein dummer Gedankengang von mir. Aber das wird es bestimmt auch geben. Und ich finde, habe ich auch schon überlegt, weil es war ja klar, dass das passieren könnte. Dass er fliegt, dass ich dieses Video mit dem schönsten Moment mit Materazzo zu 100% beenden werde. Und das ist natürlich das 2 zu 1 gegen Köln. Der hat uns da, klar, er hat sich auch in die Lage gebracht mit der Mannschaft, dass man es erst zu spät gemacht hat. Ist ja auch ganz klar, dass er sich erst zu spät gerettet hat. Aber er hat uns trotzdem, mir auf jeden Fall, vielen anderen auch, auch vielen anderen, die schon lange im Stadion waren, das krasseste Heimspielerlebnis überhaupt, die krasseste Heimspielstimmung überhaupt jemals, die ich erlebt habe beim VfB, beschert mit diesem Last-Minute-Treffer gegen Köln. Den lasse ich euch hier zum Ende da. Natürlich aus der Sicht aus der Kurve bei mir. Kennt ihr natürlich auch schon den Clip. Finde ich aber angemessen. Ein schönes Ende finden, ein positives Ende finden hier. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Danke fürs Zuschauen. Lass ganz kurz ein Abo da auch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, Clip ab. Ja! 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 Vielen Dank.